ich habe jetzt auf die schnelle jetzt einfach so ein bild raus gesucht damit das infovideo jetzt nicht nur im black screen ist oder so naja jedenfalls kann ich euch erstmal sagen dass super mario post 3 erstmal nicht kommt weil ich war zwar schon in der aufnahme aber wenn ich immer danach geguckt habe hat es zwar irgendwie sagt jetzt mal in games hauen aufgenommen das alles aber irgendwie hat es da nicht genau das angezeigt wo ich immer gerade war also sprich gleich bei der aufnahme hat es jetzt klar gleich irgendwie automatisch gestoppt aber in games sound war noch alles hören klingt jetzt zwar klein bisschen komisch ich konnte jetzt so gut wie und so wie es konnte jetzt erklären und hoffe dass ihr es jetzt verstanden habt aber naja jedenfalls wird das erst mal nicht kommen weil es ist ja so wenn man ja ein level sagt bestanden hat kann man es ja nicht noch mal machen deswegen finde ich das ein bisschen schade deswegen muss ich das jetzt alles erst mal noch mal machen bis auch wann war mal bis welt drei burg oder so ungefähr da muss ich dann noch mal nachgucken auf jeden fall war das irgendwas mit welt drei nach der burg also richtig wüsste ich das jetzt nicht ungefähr naja jedenfalls ihr wisst bescheid dass mit mario kart super zurück das let's play wird auf jeden fall noch folgen und jedenfalls ich werde die playlist zu super mario pros 3 unten in der video beschreibung verlinken dann noch die ganzen anderen sachen wie facebook google plus meinen jetziger kanal mein alter kanal mein zweiter kanal der challenge kanal und was sonst noch alles naja jedenfalls viel spaß bei meinen anderen let's plays dann würde ich sagen bis zum nächsten mal euer alisa 4 23 0 1 tschau leute bis zum nächsten mal